So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Tropico. Wir spielen die Mission Das große Beben. Und die Missionsbeschreibung geht wie folgt. Wir sind wieder im Januar 1950. Gott lobt, Präsidenten, Sie leben noch. Gut, dass Sie so viel Geld in den Bau eines soliden Palastes gesteckt haben. Erscheint das Erdbeben, das Tropico gerade heimgesucht hat, völlig unbeschadet überstanden zu haben. Leider waren die meisten anderen Gebäude auf Tropico nicht annähernd so stabil gebaut. Dafür blieb durch die hohen Kosten für den Palast nicht genug Geld übrig. Es sind außer dem Palast lediglich der Hafen und die Baufirma verschont geblieben. Leider sind auch nicht allzu viele ihrer Bürger übrig. Präsidenten, wir müssen die Insel wieder aufbauen. Ihr Überleben muss gottgewollt gewesen sein. Ja, sicher. Und Sie und die anderen Überlebenden dürfen sich als Außerwählte betrachten. Präsidenten, wir müssen mit den wenigen Menschen und Ressourcen, die uns noch zur Verfügung stehen, einen neuen Anfang machen und Tropico als Paradies auf Erden wieder auferstehen lassen. Als ein Symbol der Wiedergeburt, das ein Zeichen für die ganze Welt setzt. Wenn wir es schaffen, die Bevölkerung wieder auf 300 Einwohner anwachsen zu lassen und die Zufriedenheit des Volkes auf einen Wert von mindestens 60 zu erhöhen, dann wird die Welt erkennen, wie gesegnet Tropico doch ist. Ja, Präsidente, das soll unser Ziel sein und wir müssen es bis zum Anbruch des neuen Jahrtausends erreichen. Also in 50 Jahren. Okay, also das große Beben ist eine sehr schwere Mission. Zumindest steht das so in der Beschreibung. Und 300 Einwohner, wir haben jetzt nur 20. Das ist schon eine ganz gute Herausforderung. Da muss ich mich auch extrem um Nahrung kümmern. Aber einen Zufriedenheitwert von 60, den hatte ich, glaube ich, in dem Spiel noch nie. Na gut, neue Herausforderung, wollen wir mal gucken. Also, das hier ist die schöne Insel. Dicker Kram in der Mitte. Okay, und es ist... Boah, es ist nichts übrig aus einem Hafen und einer Baufirma und dem Palast natürlich. Okay, gut, dann wollen wir mal gucken. Also, Agrarbedingungen, wollen wir mal ein bisschen größer gehen hier. Mais, hier unten ist eine Menge an Mais anzubauen. Ananas geht auch noch ein bisschen. Kaffee ginge hier oben. Mit Kaffee könnte man natürlich ein bisschen Geld verdienen. Und wir müssen ja gucken, womit wir eigentlich Geld verdienen können. Also, Kaffee ginge. Wir könnten auch ein paar Bäume abholzen. Zuckerrohr sieht nicht so gut aus. Tabak ginge auch. Das ist allerdings mitten in der Siedlung hier. Scheint mit Kaffee besser zu sein. Bananen, okay, noch für die Versorgung. Papayas, das ist aber alles überall das Selber. Also, da wo es Kaffee gibt, gibt es auch Papayas. Könnte ich da unten noch ein paar reinbauen. Ja, Winterzucht und Ziegenzucht ist auch nicht so überzeugend. Okay, also... ...werden wir erstmal mit Mais anfangen müssen. Und ich glaube, dann stürze ich mich auch echt nochmal auf Kaffee. Wie sieht es denn aus mit Rohstoffen? Ja, schlecht, ne? Das ist komplett Rohstoffe. Oh Mann. Eisen. Hier gibt es ein bisschen Eisen. Da gibt es Bauxit. Sollten wir uns das vielleicht vornehmen. Gold. Da hinten aber auch nicht so richtig, ne? Ja, toll. Muss ich mich um Tourismus kümmern? Ich glaube, ich will keinen Tourismus haben, oder? Naja. Naja. Also gehobener Tourismus funktioniert schon mal nicht. Luxustourismus auch nicht. Das heißt, wenn dann überhaupt Pauschaltouristen... Ne, ich glaube, das will ich ohne schaffen. Soll keine Tourismusmission werden. Also, wollen wir nochmal gucken. Hier ist ein bisschen Infrastruktur. 10.000 Dollar haben wir. Und so sieht es im Moment aus. 51 Zufriedenheit. Das ist ja relativ hoch. Ja, das kann ich aber alles vergessen. Hier, das ist alles auf 49. Wo soll die Wohnqualität von 49 herkommen? Ja, dann geht's mal los. Also, als erstes brauchen wir natürlich neben der Baufirma brauchen wir eine Spedition. Dahin. Und dann brauchen wir was zu futtern. Jetzt haben wir 20. Das heißt, ich baue erst mal zwei Maisfarm. Mal gucken, hier geht der Weg hin. Also, da eine Maisfarm und da eine Maisfarm. Und dann, glaube ich, stürze ich mich auch gleich auf das Bauxit. Mal gucken, wo da der Weg lang geht. Das heißt, da könnte die hinkommen. Also, da eine Bauxitmine. Und dann wollte ich mich ja auf Kaffee stürzen. Sie gucken, dass das nicht in dem Bauxitgebiet liegt. Also müsste das hier so irgendwo anfangen. Dann machen wir hier, kann ich noch eine bauen, ja. Bauen wir zwei Kaffee-Plantagen oder Farmen hin. So, dann habe ich noch 1000 Dollar. Ich könnte ja hier die Bäume auch wegholzen. Kann ich aber im Moment nicht. Okay, dann soll es erst mal losgehen. Mal gucken, was die Leutchen so machen. Also, 50 Jahre Zeit ist eine ganze Menge. So, und die fangen jetzt hier erst mal an, die Trümmer einzusammeln. Okay, das heißt, ich muss jetzt hier warten, bis das erste Jahr rum ist und ich Auslandshilfe bekomme. Und dann sehen wir mal weiter. Also, es gibt keine Wohnung und nichts. Das heißt, das wird natürlich auch vollkommen miserabel werden. Aber ich muss erst mal gucken, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Das heißt, ich werde hier Kaffee weiter ausbauen. Also, das hier muss als erstes fertig werden, die Spedition. Ich werde Kaffee weiter ausbauen und möglichst schnell den Holzfäller, damit wir erst mal ein paar Exporte überhaupt haben. Dann gucken wir mal, wie wir von 20 auf 300 Einwohner kommen können. Und vor allem, wie wir auf 60 Zufriedenheit kommen sollen. Das finde ich beide super schwer. Naja, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit. So, hier arbeiten alle. Das ist schon ganz gut. Dann sollen die sich als nächstes hier drum kümmern. Oder erst was zu essen. Ich glaube, erst was zu essen. Also, so bitte. So, dann behalte ich das mal im Hinterkopf. Hier ist es gleich Januar. Das heißt, es wird auch Auslandshilfe geben. Okay, wie sieht es denn jetzt aus? Immer noch 50 Zufriedenheit. Ja, also Wohnqualität ist natürlich das, was wir uns angucken müssen. Und das hier wird natürlich auch untergehen. Wir haben ja nichts. Wir haben ja nichts. Dann gucken wir mal, was war denn für Leute? Wir haben drei Universitätsgebildete, eine Dame aus der Schule und sonst von den 20, nee, von den 23 sind auch noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kinder und Babys. Das heißt, ich habe eigentlich nur 16 Leute, mit denen ich im Moment arbeiten kann. Das ist wenig. Okay, abwarten. Mal hoffen, dass das hier einigermaßen vorwärts geht. Spannend. So, die kommunistische Zelle hat die hohe Arbeitslosigkeit. Ja, ich habe die Farben doch schon gebaut. Liebe kommunistische Zelle. So, haben hier welche angefangen? Nee, noch nicht. Staatshilfen hat es auch noch nicht gegeben. Sehr schön. So, die ist fertig. Dann machen wir bitte jetzt hier oben weiter, damit wir möglichst schnell erstmal Geld kriegen. Zwei neue Einwanderer kommen. Na, immerhin. Dann sind wir schon bei 25. Da haben wir ja schon ein Zwölftel. Und dabei ist erst eineinhalb Jahre rum. Unglaublich. Das wird ganz einfach. Tja, kümmere ich mich erst um die Wohnqualität oder kümmere ich mich erst darum, dass ich hier Kirche und sowas hinbekomme? Weil ich glaube, die Religionszufriedenheit und die medizinische Versorgung, die brauchen ewig lange, damit sie hochgehen. Na, ich spiele es einfach mal so ein bisschen vor mich hin. Mal gucken, was das jährliche Journal so sagt. Wieso habe ich eigentlich keine Kohle gekriegt oder habe ich sie bekommen? Auslandshilfe. Wieso nur 117 Dollar? Das ist ein bisschen wenig. Da hoffe ich mal, dass das noch anders wird. Weil sonst würde es eine zähe Nummer hier. Okay, also hier arbeiten inzwischen ein paar in der Spedition. Das ist gut. So, neue Übersicht. Immer noch 50. Äh, ich habe Profit gemacht. Ah ja, über die Auslandshilfe. Jetzt habe ich hier 1400. Okay. Hier arbeiten schon welche. 1400 reichen meiner Meinung nach nicht für einen Holzfäller. Der braucht nicht 1500. Super. Mir fehlen 9 Dollar. Gut, hier am Hafen ist auch noch nichts los. Pau, starker Anfang. War ich denn ein bisschen sehr optimistisch und habe zu viel am Anfang gebaut? Na, wir werden es im Laufe des Spiels sehen. So, und was macht denn hier die Baufirma? Wo sind die Jungs? Ihr sollt hier oben die Baoxidmine hinbekommen. So, maximale Geschwindigkeit. Drei neue Einwohner, 28. Das heißt, so eine Farm gibt Essen für 30. Muss ich gucken, dass ich da auch bald nachlege. Aber erst will ich Geld verdienen. Also. Kaffee Plantage. Seht zu. So, hier arbeiten auch schon wenigstens ein paar. Das ist gut. Hier füllt es sich langsam. Im Hafen. Da ist im Moment einer gesperrt. Müsste ich mir mal merken. Hier gibt es zwei Palastwaffen. Das ist auch in Ordnung. Gut, dann baut mal hier die Kaffee Plantage weiter. Und dann ist auch gleich schon das dritte Jahr hinüber. Ohne, dass ich wirklich nach vorne gekommen bin. Aber das ist bestimmt nur der Grundstein, um ganz groß rauszukommen. So. Jetzt wird es langsam mit der Zufriedenheit bübeln. Jaja, hohe Qualität. Und das hier sinkt auch alles. Ähm, Ernährung passt aber noch ganz gut. Das ist ganz prima. Ja, okay. Dann soll es so weitergehen. 31. Also es kommen permanent Leute. Das ist ja schon mal schön. Sonst ist nicht so viel schön im Moment. Hier in der Pauxidmine arbeitet noch keiner. Setze ich denn jetzt die Löhne schon hoch? Ich mache eh noch keinen Gewinn und nix. Also nee. So, jetzt hat es aber Geld gegeben. Das heißt, ich baue jetzt den Holzfäller. Schauen wir mal, wohin denn? Hier irgendwo mitten rein. Der soll das alles abholzen. Und solange wir noch genug zu essen haben, sollen sie damit anfangen? Und dann ist die Frage, ach, jetzt lassen sie die hier bei 79% stehen. Das ist ja ärgerlich. Dann kommen dann dort die schnell fertig. Gut, und dann ist die Frage, was wir als nächstes machen. Ich glaube, wir brauchen weiterhin Exportgüter. Sonst haben wir überhaupt keine Chance. Hier fangen jetzt langsam die Leute an. Hier oben noch nicht. Aber da wird es irgendwann mal Kaffee geben. Das ist gut. Da brauche ich nachher eine Fabrik. So, die Maisfarm ist fertig. Ich habe schon wieder keine Kohle mehr. Naja, es geht bergab. Der Profit kommt aus der Agrarwirtschaft. Was habe ich denn wohl verkauft? Wahrscheinlich habe ich Mais verkauft, jede Menge. Ja, okay, ich produziere zu viel. Das ist in Ordnung. Dann seht zu, dass ihr das hier fertig kriegt. Und ich glaube, dann werde ich gleich zum Thema Kaffee nochmal nachlegen. Ja, und Wohnraum, okay, verstehe ich. Aber erst mal das Kaffee. Wo kann ich denn hier Kaffee noch vernünftig anbauen? Dann mache ich hier einfach weiter. Also so, noch eine Kaffee fahren. Wege. Will ich schon Geld für Wege ausgeben? Ich glaube im Moment noch nicht. So, Holzfällerei-Betrieb auch in Ordnung. Hier inzwischen gibt es auch schon den ersten Kaffee-Farmer hier oben. Das ist noch nicht besetzt. Hier aber ganz gut. Wie sieht es hier unten aus? Die Expedition kommt auch. Okay. Gut. Dann baue ich noch den einen Kaffee und dann müsste ich, glaube ich, mal auf die ersten Wohnungen sparen. So, wenn das auf 60 wird, dann habe ich hier mit dem Mietshaus, das gibt 33 Zufriedenheit, habe ich nicht so viel zu gewinnen. Das heißt, ich müsste eigentlich gleich mit den Wohnkomplexen anfangen. Präsidente, ein Teil der Bevölkerung will anscheinend nächstes Jahr wahlen. Ja, dann versuche ich das auch mal. Dann will ich gleich gucken, dass ich auf die 5000 Dollar komme, um hier Wohnkomplexe hinzuzimmern. Das geht nicht wirklich bergauf. So, hier mache ich inzwischen auch Verlust. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein stabiler Start ist, mein lieber Mann. Also, die Idee ist jetzt, auf 5000 Dollar noch ein Jahr vergehen zu lassen. Vielleicht kommen ja auch die ersten Exporte hier mal vernünftig an. Da ist ja hier wieder einer. Ein Spediteur, der das da hinbringt. Ich sehe ihn genau. Um dann hier hoch ein paar Wohnkomplexe zu zimmern, weil wenn die hier alle arbeiten, dann sollen die möglichst da wohnen. Ob ich nun 4000 für so ein Mietshaus habe oder 5000 für ein Wohnkomplex, der aber das Doppelte an Wohnqualität bringt, ist es glaube ich vernünftiger, auf den Wohnkomplex zu sparen. So, der bringt da was hin. Was gibt mir das? 800. Also das ist meistens natürlich echt ein bisschen bitter. Okay, aber hier geht die Kaffeeplantage los. Hier ist noch keiner drin. Hier ist der Holzfäller, sind inzwischen zwei da. Das hier passt auch. Ja, 44 Einwohner, also es geht schon vorwärts. Bisschen zäher Start, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht trotzdem das Richtige ist im Moment. Warum das Spiel im Moment laggt, möchte ich auch gerne mal wissen. Und so anspruchsvoll ist das ja damals eigentlich nicht. Was ist denn hier los? So, Wahlen. 28 für mich, 5 gegen mich. Das ist schön, da brauche ich nichts machen. So, geht denn hier in der Mine jemand arbeiten? Ja, immerhin. Da kommt der nächste Frachter und wir haben nichts am Hafen. Aber wir kriegen Auslandshilfe, aber nicht genug. Okay, hier wird es immer übler. Ja, das geht gar nicht. Ich muss was gegen die Häuser in Not machen. Aber ganz ehrlich, ich will eigentlich nicht mit den Mietswaisern anfangen. Mit ihrer Beliebtheit geht es ziemlich bergab, Präsidentin. Hier hinten, ich glaube, das möchte ich aussitzen erst mal. Zumindest in der Hoffnung, dass das das nächste Jahr besser wird. So, da kommt was an. Und hier hinten müssten dann ja auch irgendwann mal anfangen, Stämme zu kommen. Also genug Einwohner kommen. Das ist ja schon mal wenigstens ein bisschen positiv. So, aber ich bin mit den paar Exporten, die ich habe, komme ich da nicht wirklich hin. Doch, komme ich. Stopp. Dann baue ich jetzt hier... Drehe ich den? Direkt vor dem Präsidentenpalast ein Wohnkomplex. So, weiter geht's. Hm, mal gucken, ob sich das so alles ausgeht. So, 49. Das heißt gleich ein Sechstel der benötigten Einwohner. Hier arbeitet inzwischen einer. Wird das hier oben inzwischen besetzt? Einer und da auch. Also die Kaffeeplantagen kommen. Und hier geht's richtig rund. Die machen Platz. So, ja, Wahl, alles klar. Das soll noch mal so funktionieren. So, tja. 36 zu 6, das ist noch relativ deutlich. Gut, was mache ich als nächstes? Kümmer ich mich noch mal ein bisschen ums Essen. Also, wenn jetzt hier so viele Leute kommen, müsste ich eigentlich noch... ...ne weitere Maisfarm bauen. 42, aber ich mache ein bisschen Profit. Da, Bergbau. Das heißt, ich habe das erste Bauxit verkauft. Das ist gut. Also, ich wollte mir noch eine Maisfarm anschaffen, damit ich da nicht irgendwie in Kalamitäten komme. Die setze ich da hin. So, es kommen nämlich dauernd Leute. Und wenn ich natürlich Pech habe, dann... ...habe ich irgendwann nicht genug Nahrung. Und dann habe ich sowieso keine Chance, 60 Zufriedenheit zu erreichen. Das wirft mich im Jahre zurück. So, hier die Arbeiten. Das passt alles. Präsident, das Volk ist in spiritueller Hinsicht unerfüllt. Vielleicht sollten Sie eine Kirche bauen. Dann wären die Leute womöglich zufriedener. Jupp, später, später. So, hier, hier ziehen Leute ein. Okay, 61. Das heißt, ich werde nicht ganz damit hinkommen. Ich werde... ...auch noch andere Häuser bauen müssen. Entweder hier Luxusvillen oder wahrscheinlich Reihenhäuser. Dafür brauche ich aber Strom. Weil in Reihenhäuser gehen, glaube ich, acht Leute rein. In die Luxusvillen nehmen wir nur zwei. Das ist ein bisschen wenig. So, Maisfahnen gebaut. Das heißt, jetzt kümmere ich mich erst mal um den Rest. Ich muss um Klinik und Kathedrale und sowas. Muss ich mir Gedanken machen. Fangen wir mal an. Mit einer Kirche 4,5 und eine Klinik 3,000. Ja, dann wird es Zeit, dass das nächste Schiff kommt. Weil jetzt ist hier unten doch einiges im Hafen. Mal gucken. Da liegen ein paar Stämme. Und das wird Mais sein. Vielleicht auch schon Kaffee. Das ist gut. Also, dann das Billigere von beiden ist die Klinik. Zufriedenheit, gucken wir mal hier. Hier produziere ich genug Mahlzeiten. Das ist gut. Da kriege ich auch ein schönes Lager voll. Wenn es mal ein bisschen komischer wird, dann würde ich gerne eine Klinik bauen. Wenig profitable Bereiche. Ja, sei froh, dass ich überhaupt eine Wirtschaft habe. Wieder fünf Einwanderer. Ja, dann los. Dann gibt es jetzt hier eine Klinik hin. Sobald ich genug Geld habe. Jetzt zum Beispiel. Bitteschön. So, und dann könnte ich eigentlich die Kirche gleich nachlegen. Dahin. Und dann müsste ich was fürs Entertainment tun. Dann mache ich noch eine Bar. Kommt die dahin. So, dann haben wir erstmal grundlegend was. Wollen wir mal gucken, wird das hier voll. Ja, ja, die ziehen da ein. Also, das ist alles gut. Das funktioniert. Hier auf den Farmen geht es auch. Und hier ziehen auch die Leute ein. Da geht es hin. Also, die Leute finden Arbeitsplätze. Das ist gut. Herr Präsident, ich muss Sie dringend darauf hinweisen, dass die medizinische Versorgung auf Tropico sehr im Argen liegt. Alles gut. Also, ich muss einen einstellen. 1.500. Mann, wie teuer. Aber ich brauche erstmal einen. Ich habe ja noch keine Schule und vor allem keine Universität. Das sind ja hier Universitätsabschlüsse. Dann muss ich erstmal kaufen. So, Kirche wird mich dasselbe ereilen. Da werde ich mir auch einen bestellen müssen. Einen ausländischen Experten. Einen ausländischen Experten, Priester, Pfarrer, Geistlichen. Der ist aber ein bisschen günstiger. 600. Okay. So, jetzt sollte es erst einmal stagnieren. Ich habe ganz schön Profit gemacht. Das ist gut. Ja, Bauxit und Stämme kommen und da Kaffee. Also, jetzt funktioniert es halbwegs. Das ist schön. Das heißt, ich kann mich jetzt darum kümmern, ein bisschen weiterzumachen. Ich glaube, dann mache ich noch folgendes. Ja, Streitkräfte brauche ich nicht, aber überhaupt nicht, hoffe ich. Ich gucke nochmal, ob ich hier noch ein bisschen was mit den Farmen machen könnte. Ich könnte ja eine Ananas-Farm mal hier hinsetzen. Dann haben wir auch ein bisschen Nahrungsmittelabwechslung. Und falls wir die nicht brauchen, können wir die verkaufen. Und wenn wir nachher wirklich für den Kaffee eine Konservenfabrik bauen wollen, dann können wir eventuell auch Ananas-Konserven verkaufen. So, hier haben wir jetzt auf einmal zwei Ärzte. Das ist aber auch in Ordnung. Hier ist auch der erste geistliche. Können wir uns noch einen leisten. 700. Komm her, dann kommt noch einer. So, dann wird es Zeit, wieder ein paar Häuser zu bauen. Also zumindest mal eins. Hast hier der nächste irgendwie hin? Ja, direkt dran. Bitte schön. Gut, jetzt sind wir... haben wir gleich die ersten zehn Jahre rum. Ich gucke gerade auf die Uhr. Das passt auch schön mit der Folgenlänge. Und das heißt, wenn jetzt gleich der Abschluss kommt, machen wir mal Schluss und hoffen, dass das hier ein vernünftiger Start war. So, Ananas-Plantage. Sehr gut. 61 Einwohner. Nein, 62. Natürlich. Wir machen ein bisschen Gewinn. Geld kommt. Das ist gut. Das heißt, ich werde jetzt dann irgendwann anfangen müssen, nochmal Spedition und Baufirma hier hinzubauen, damit wir das Zeug auch transportiert kriegen. Also, wir sind mit der Zufriedenheit. Schön gefallen. Auf 41. Und jetzt müssen wir an den Stellschrauben drehen. Wohnqualität. Ja, medizinische Versorgung. Religion habe ich zumindest ein bisschen was getan. Entertainment auch. Verbrechenssicherheit noch gar nicht. Umweltbedingungen, ja, das ist so ein Blackbox in dem Spiel. Ich weiß nicht so richtig, was man da vernünftig machen kann. Freiheit ist relativ hoch. Wäre schön, wenn alles so hoch wäre. Und Jobqualität hängt ja dann nachher mit den Gehältern zusammen. Hochachtung. Kapitalisten finden mich blöd. Warum? Achso, weil wir falsche Einnahmequellen haben. Sie sind nun bereits zehn Jahre im Amt, Präsidentin. Machen Sie weiter so. Okay, mache ich. Aber erst in der nächsten Runde. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Tschüss. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und 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 fürs Zuschauen. Vielen Dank.